Ja, hallo. So, jetzt haben wir mal gedacht, jetzt erzähle ich euch mal, warum ich schon über 20 Jahre alle Tag Farberlife Produkte verwende, was ja vielleicht auch ganz interessant ist. Und was ja wirklich auch schon eine lange Zeit ist, würde ich sagen, unglaublich fast, dass die Zeit so schnell vergeht. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich damals kurz nach der Matura bei Rimini unten als Kellnerin gearbeitet habe in Italien. Und dort war eine Familie aus Rom. Und ja, die haben mich so kennengelernt und die haben mir immer erzählt von den Farberlife Produkten. Und die haben mir erzählt, dass ihnen das sehr hilft. Da war eine ganze Familie. Die Frau hat aufgrund der Ernährungsumstellung 30 Kilo abgenommen und auch ihr Mann ziemlich viel. Und die haben auch immer von verschiedenen gesundheitlichen Ergebnissen gesprochen, wobei ich schon gleich erwähnen möchte, dass Farberlife kein Heilmittel und kein Gesundheitsmittel ist, sondern einfach, ich helfe den Körper mit Allgut zu versorgen. Und wenn der Körper mit Allgut versorgt ist, dann ist es auch recht logisch, dass es ihm viel besser geht. Und ich habe mir gedacht, das werde ich auf alle Fälle mal ausprobieren. Zum Glück hat die Farberlife 30 Tage Garantie. Und dann werde ich das mal testen, ob das schon so funktioniert, wie Dedo immer erzählt hat. Und ja, und die haben dann auch zum Glück recht schnell festgestellt, dass es wirklich so ist, dass ich wirklich wesentlich mehr Energie habe. Ja, dass es die Verdauung verbessert, die Konzentration verbessert, was ich auch etwas ganz Wichtiges finde. Schlechte Konzentration kann schließlich fast gefährlich sein oder ganz gefährlich, wenn man im Straßenverkehr ist zum Beispiel. Und macht das Leben eher schwieriger, wenn man eben nicht konzentriert ist. Und eben, und die haben es auch bei meinem Immunsystem gemerkt. Und mein Heißhunger, was mir eigentlich das allerwichtigste war, mein Heißhunger war recht schnell weg. Und ach, das Leben ist einfach viel entspannter, wenn man ohne Heißhunger. Und ich war immer schon sehr gesundheitsbewusst. Also mir war immer schon sehr bewusst, dass Ernährung was ganz Wichtiges ist, um gesund und fit zu sein. Aber der blöde Heißhunger hat mir immer wieder ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich habe immer wieder ungesunde Sachen gegessen. Was mir heute relativ selten passiert. Und weil es einfach nicht mehr braucht. Und damals war das Verlangen einfach sehr groß danach. Und das ist schon, macht das Leben schon einmal viel leichter. Ja, die haben mich generell einfach viel besser gefühlt. Das Ganze hat mir logisch auch sehr geholfen, mein Gewicht viel leichter zu halten, ohne große sportliche Bewegung. Ich bin jetzt generell nicht so der große Sportstyp. Also ein bisschen leichter Sport finde ich ganz gut. Und ich mag auch nicht abhängig sein vom Sport. Das war mir auch ganz wichtig. Also das macht ja auch irgendwie Stress. Und ja, und ehrlich gesagt, habe ich mir damals auch gedacht, alles gut und reicht. Wenn das Ganze, ich test das jetzt ganz einmal, aber für immer nehme ich das nicht. Was ein ziemlich komischer Gedanke war, weil auch ziemlich unlogisch. Oder wenn ich etwas gefunden habe, wo es eigentlich eine einfache, kostengünstige Lösung ist, die auch noch super gut schmeckt, wieder aufzuhören. Aber damals habe ich auch noch das nicht so gemerkt und nicht so gewusst. Und ja, da hätte ich dann wirklich gar keinen Grund mehr gesehen, warum ich mehr Sachen essen sollte, die mir nicht gut tun, wenn ich eben Hauberleif habe, was mir sehr gut tut. Ja, und auch die Kosmetikprodukte. Ja, was auch echt toll sind. Und auch da finde ich die Garantie ist wirklich toll, dass sich jeder selber überzeugen kann. Und ich muss wirklich sagen, ich bin echt zufrieden und die verwende ich total gerne. Und ja, sie fühlen sich echt gut an und riechen gut. Und ich bin auch mit meiner Haut echt zufrieden. Sie ist heute, finde ich, besser als mit 20 und wo ich auch sehr dankbar bin. Generell würde ich sagen, ja, ist sie hauptsächlich Hauberleif, um mich einfach gut zu fühlen. Und ich finde, gut zu fühlen ist etwas von Allerwichtigsten im Leben. Schließlich bringen auch Millionen am Konto recht wenig, wenn man sich nicht gut fühlt. Und da kann die richtigen Nährstoffe und die richtige Versorgung echt viel ausmachen. Logisch ist auch wichtig. Ich finde auch Schlaf total wichtig und ich finde auch Wassertrinken wichtig. Und ich finde auch Entspannung generell wichtig. Stressfreies Leben, was mir auch sehr wichtig ist. Und Hauberleif kann da wirklich schon mal mit Ernährung, finde ich, schon immer mal ganz eine gute Basis für alles Weitere. Und ich bin da echt dankbar für mich und habe deswegen auch echt Freude, das auch so ein bisschen weiterzugeben. Auch noch so viele Jahre. Die Zeit vergeht einfach unglaublich schnell. So, ich glaube, das war es. Ihr habt sicher etwas vergessen, schätze ich mal. Aber dann mache ich halt wieder einmal ein neues Video irgendwann und wünsche euch einen schönen Tag und noch einen schönen Sommer jetzt zur Zeit. Und bis bald. Ciao.